Mein Name ist Wolfgang Lewald, ich bin 56 Jahre jung und arbeite mittlerweile seit 18 Jahren für das Unternehmen Daikin im Bereich Kundenberatung in ganz Nordrhein-Westfalen. Nach dem Umbau meines Elternhauses habe ich hier einen Bereich geschaffen, wo eine Wohnküche mit einem angegliederten Essbereich und das Wohnzimmer entstanden ist und die Kochgerüche ziehen dann durch das ganze Haus. Irgendwann habe ich mich dann entschlossen einen Daikin Luftreiniger zuzulegen und wenn man diesen kontinuierlich laufen lässt, dann absorbiert dieser die gesamten Gerüche, die durch das Kochen entstehen. Der Luftreiniger ist sehr einfach zu installieren und fügt sich durch sein schlichtes, einfaches, schönes Design einwandfrei in die Gegebenheiten hier in meinem Wohnbereich ein. Im Hause Daikin gibt es zwei verschiedene Modelle, einmal mit Luftbefeuchtung, einmal ohne Luftbefeuchtung. Ich habe mich für das Luftbefeuchtungsgerät entschieden und die beide Geräte verfügen über die gleiche Technologie, also einen HEPA-Filter, einen Flash-Streamer-Filter. Diese absorbieren Pollen, Viren, jeglicher Art auch das Coronavirus und sorgen für eine exzellente Luftqualität im Raum. Ein weiteres Beispiel für den Einsatz unserer Luftreiniger war vor Graumalzeit ein Anruf einer Kundin, die sich ausschließlich mit dem Thema Allergien befasst. Also alles, was im Rahmen Allergien auf die Zug kam, wurde von ihr bearbeitet. Der Luftreiniger, das wusste sie mir zu berichten, wurde im Kinderzimmer eingesetzt. Die Kinder konnten tatsächlich wieder trotz Hart-Asthma an den Kaninchenstall. Sie konnten mit Allergien wie Heuschnupfen, wie Hausstauballergien, Milben, Pollen, konnten nachts das Fenster auflassen und trotzdem wunderbar durchschlafen. Der Luftreiniger ist extrem leise und läuft wirklich 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Als Fazit lässt sich festhalten, ich bin überaus zufrieden mit dem Einsatz meines Luftreinigers. Er ist extrem leistungsstark, aber wirklich flüsterleise und vermittelt einem einfach das sichere Gefühl, eine wirklich gereinigte, virenfreie und pollenfreie Luft einzuatmen und man kann sich wirklich dementsprechend hier frei bewegen und hat ein aussprochen gutes Gefühl.